Herzlich willkommen zu einem neuen Top 5 Video von Top Trends. Heute tauchen wir gemeinsam ein in die faszinierende Welt der kulinarischen Genüsse, denn wir präsentieren dir die unserer Meinung nach 5 besten Hot Pots. Es gibt kaum etwas Besseres als die Geselligkeit, die sich um einen dampfenden Hot Pot versammelt, sei es mit Familie, Freunden oder einfach nur um sich selbst zu verwöhnen. Wir haben die Zeit genommen, sorgfältig die besten Hot Pots auf dem Markt zu erkunden und letztendlich eine Liste der Top 5 zusammenzustellen. Du kannst dich auf eine abwechslungsreiche Auswahl freuen, von Hot Pots mit beeindruckender Funktionalität bis hin zu innovativem Design. Egal, ob du schon Hot Pot-Kenner bist oder gerade erst in die Welt des köstlichen Fondues einsteigst, wir haben für jeden Geschmack etwas dabei. Bevor wir in die Details eintauchen, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Lass uns ohne weiteres Zögern in die aufregende Welt der 5 besten Hot Pots eintauchen. Starten wir mit Platz Nummer 5, dem Bao Shishan elektrischen Grilltopf 2-in-1 Hot Pot. Beginnen wir mit dem äußeren Erscheinungsbild dieses Hot Pots. Der Grill hat einen Durchmesser von 42 cm inklusive der Griffe und 36 cm ohne Griffe. Der Hot Pot selbst misst 20 cm im Durchmesser und ist 6 cm hoch. Mit einem Gewicht von 3 kg präsentiert sich der Bao Shishan elektrische Grilltopf als kompakte und dennoch robuste Einheit. Diese Abmessungen machen ihn nicht nur platzsparend, sondern auch gut handhabbar. Ein herausragendes Merkmal dieses Hot Pots ist zweifelsohne die 2-in-1-Funktionalität. Mit dualen Knöpfen können sowohl der Topf als auch der Grill gesteuert werden. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es, verschiedene Kochtechniken wie Kochen, Braten und Backen in einem einzigen Gerät zu vereinen. Eine ideale Lösung für Familienfeiern und gesellige Anlässe. Der Bao Shishan elektrische Grilltopf setzt nicht nur auf Vielseitigkeit, sondern auch auf gesundes Kochen. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und eine konkave, konvexe Struktur wird die Kontaktfläche zwischen den Zutaten reduziert. Dieser Hot Pot ermöglicht nicht nur das Braten, sondern auch das Backen gesunder Gerichte. Die stabile Hochtemperaturheizstruktur trägt dazu bei. Die doppelte Temperaturregelung ist ein weiterer Pluspunkt dieses Geräts. Der Temperaturregler ermöglicht eine unabhängige Steuerung des Grills und des Tops. Dies erleichtert nicht nur die Bedienung, sondern ermöglicht auch die präzise Kontrolle der Hitze. So können das Kochen im Hot Pot und das Grillen gleichzeitig erfolgen, ohne sich gegenseitig zu stören. Ein genaueres Augenmerk auf das Detaildesign des Bao Shishan elektrischen Grilltops zeigt, dass dieser nicht nur in Bezug auf Funktionalität, sondern auch in puncto Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Das Ölleckageloch und die dazugehörige Ölsammelbox machen das Zerlegen und Reinigen des Hot Pots besonders bequem. Der Anti-Verbrühungsgriff gewährleistet einen sicheren und komfortablen Griff, während die vier Basen mit Fußpolstern an der Unterseite dem Grill zusätzliche Stabilität verleihen. Die beeindruckende Leistung des Bao Shishan elektrischen Grilltops kommt in Form einer 1800 Watt Hochleistungsheizung zum Ausdruck. Diese Technologie sorgt für eine schnelle Erwärmung und ermöglicht es, köstliche Speisen in kürzester Zeit zu genießen. Die Heizfläche des Heizrohrs ist großzügig dimensioniert, was für eine gleichmäßige und effiziente Hitzeverteilung sorgt. Die Hitzesteuerung, niedrig, mittel und hoch, ermöglicht zudem eine individuelle Anpassung je nach Bedarf. Abschließend lässt sich sagen, dass der Bao Shishan elektrische Grilltopf mit seiner 2-in-1-Funktionalität, dem gesundheitsfördernden Design, der doppelten Temperaturregelung und dem durchdachten Detaildesign eine beeindruckende Leistung bietet. Die schnelle Erwärmung und die Vielseitigkeit machen ihn zu einem hervorragenden Begleiter für Familienfeiern und gesellige Anlässe. Die Benutzerfreundlichkeit in Bezug auf Reinigung und Handhabung unterstreicht die durchdachte Konstruktion dieses Hotpots. Wenn du auf der Suche nach einem Gerät bist, das köstliche Mahlzeiten zubereitet, könnte der Bao Shishan elektrische Grilltopf die perfekte Wahl für dich sein. Der Preis liegt zurzeit bei 98 Euro. Auf Platz Nummer 4 haben wir den Uten Hotpot. Beginnen wir mit dem äußeren Erscheinungsbild des Uten Hotpot Barbecue. Mit Abmessungen von 33,5 x 29,5 x 16,5 cm präsentiert sich dieses Gerät kompakt und vielseitig. Das Gewicht von 4,5 kg verspricht Stabilität, während das Design durchdacht ist, um ein Höchstmaß an Funktionalität zu bieten. Der Tragegriff dient auch gleichzeitig als Ständer, wenn du den Hotpot vollständig aufklappst. Mit stolzen 1800 Watt Leistung verspricht der Uten Hotpot eine schnelle Aufheizzeit und gleichmäßige Erwärmung des Topfkörpers. Das bedeutet, dass deine Gerichte in kürzester Zeit köstlich zubereitet werden können. Die unabhängige Temperaturregelung mit drei einstellbaren Stufen für beide Funktionen, Hotpot und Grill, eröffnet die Möglichkeit, die gewünschte Hitze präzise zu steuern. Der wahre Clou dieses Hotpot Grills liegt in seiner 2-in-1-Funktionalität. Hier treffen Hotpot und Barbecue aufeinander und bieten die Möglichkeit, beides gleichzeitig zu erleben. Die Antihaftbeschichtung, hergestellt aus lebensmittelechtem Material, verspricht nicht nur eine einfache Reinigung, sondern auch die Vermeidung von lästigem Anhaften von Lebensmitteln. Dieser Hotpot ist somit nicht nur praktisch, sondern auch hygienisch. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Rauchentwicklung. Im Vergleich zu herkömmlichen Grills produziert der Uten Hotpot weniger Rauch, was nicht nur die Umgebung angenehmer macht, sondern auch zu einer gesünderen Art des Grillens beiträgt. Das ist besonders vorteilhaft für Indoor-Grill-Hotpot-Partys mit Freunden, bei denen eine geringe Rauchentwicklung erwünscht ist. Dieser Aspekt hebt den Uten Hotpot in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Gesundheitsbewusstsein hervor. Der Uten elektrische Hotpot und Grill ist ein wahres Multitalent in der Küche. Egal, ob du Gemüse anbraten möchtest, Fleisch grillen, Steaks anbraten, Hähnchenflügel grillen oder Eier braten willst, dieser Hotpot erfüllt alle deine Bedürfnisse. Die Vielseitigkeit wird durch die Möglichkeit, beide Funktionen gleichzeitig zu nutzen, nochmals unterstrichen. Mit einer beeindruckenden Tiefe von 8 cm bietet der Topf ausreichend Platz, um verschiedene Arten von Speisen zu zubereiten. Die Streifen auf der Unterseite der Grillplatte sorgen dafür, dass überschüssiges Öl effektiv in den Topf abfließt, ohne auf den Tisch zu gelangen. Die unabhängige Temperaturregelung von Hotpot und Grill ermöglicht eine individuelle Anpassung nach persönlichem Geschmack. Der Drehknopf zur Steuerung der Temperatur ist dabei nicht nur bequem, sondern auch sicher. Die einfache Bedienung wird durch die Möglichkeit, den Topf um 180 Grad oder 105 Grad aufzuklappen, noch gesteigert, um unterschiedliche Kocherlebnisse zu ermöglichen. Nach dem kulinarischen Genuss verspricht die Antihaftbeschichtung eine mühelose Reinigung des Topfes, frei von PFOA und BPA. Die durchdachten Details machen den Uten Hotpot-BBQ zu einem praktischen Begleiter in jeder Küche. Der Tragegriff, der gleichzeitig als Ständer dient, macht den Transport einfach und bequem. Ob zu einem Grillfest im Garten oder einer Hotpot-Party bei Freunden, dieser Hotpot ist leicht zu transportieren. Diese durchdachten Funktionen tragen zur Nutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit des Uten Hotpot bei. Nachdem wir nun jedes Detail des Uten Hotpot-BBQ genauestens unter die Lupe genommen haben, können wir feststellen, dass dieses Gerät nicht nur mit seiner 2-in-1-Funktionalität überzeugt, sondern auch durch durchdachte Technologie und praktische Details besticht. Die unabhängige Temperaturregelung, die Antihaftbeschichtung, die geringe Rauchentwicklung und die Vielseitigkeit machen diesen Hotpot zu einer Bereicherung in der Küche. 1.800 Watt und dem durchdachten Design ist der Uten Hotpot-BBQ nicht nur ein Highlight für Indoor-Grill-Partys, sondern auch ein praktischer Begleiter für unterwegs. Die einfache Bedienung und Reinigung tragen zusätzlich zu einem positiven Gesamterlebnis bei. Insgesamt können wir den Uten Hotpot-BBQ jedem empfehlen, der nach einem multifunktionalen Gerät sucht, das Hotpot und Grillen auf höchstem Niveau vereint. Dank seiner durchdachten Konstruktion und hochwertigen Materialien verspricht er nicht nur köstliche Ergebnisse, sondern auch eine langfristige Nutzungsfreude. Bei Amazon erreicht der Uten Hotpot-BBQ eine Kundenzufriedenheit von 4,3 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 300 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 70 Euro. Platz Nummer 3 erreicht das Unold Asia Fondue für 6 Personen. Beginnen wir mit dem äußeren Erscheinungsbild des Unold Asia Fondue. Das Gerät präsentiert sich in den Maßen von etwa 41,1 x 32,7 x 25,3 cm und einer Leistung von 1950 Watt. Die klare Linienführung und das moderne Edelstahldesign verleihen dem Fondue-Set eine zeitgemäße Ästhetik, die in jeder Küche eine gute Figur macht. Die komplett zerlegbare Struktur des Sets macht nicht nur das Handling, sondern auch die Reinigung zum Kinderspiel. Besonders hervorzuheben ist die abnehmbare Grillplatte, die nicht nur für fettarmes Garen sorgt, sondern sich auch spielend leicht im Geschirrspüler reinigen lässt. Ein entscheidendes Kriterium bei einem Hotpot Asia Fondue-Set ist natürlich die Funktionalität. Hier punktet das Unold-Gerät mit einer separaten Fondue- und Grillfunktion. Die beiden Funktionen können unabhängig voneinander geschaltet werden, was eine flexible Nutzung ermöglicht. Die Kontrollleuchten informieren dabei stets darüber, welche Funktion gerade aktiv ist und geben somit eine klare Orientierung. Der mitgelieferte Glasdeckel ermöglicht es, den Edelstahltopf in den Pausen zu verschließen, was nicht nur die Wärme hält, sondern auch für eine angenehme Verschnaufpause sorgt. Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Anwendung und Benutzerfreundlichkeit des Unold Asia Fondue. Der Grillspaß beginnt bereits bei der Inbetriebnahme, die dank der intuitiven Bedienung und der übersichtlichen Anzeigeelemente kinderleicht ist. Das Gerät überzeugt nicht nur mit seiner Funktionalität, sondern auch mit der gleichmäßigen Hitzeverteilung, die eine optimale Zubereitung der verschiedenen Zutaten ermöglicht. Ob knuspriges Fleisch, zartes Gemüse oder delikater Fisch, dieses Asia Fondue-Set sorgt für kulinarische Vielfalt und lässt die Geschmacksnerven aufleben. Nun werfen wir einen Blick auf das mitgelieferte Zubehör. Das Set enthält sechs farblich gekennzeichnete Fondue-Gabeln und ebenso viele Körbchen. Die farbliche Markierung erleichtert es, die eigenen Gabeln im Auge zu behalten und sorgt somit für ein angenehmes, unkompliziertes Fondue-Erlebnis. Für Neulinge im Asia Fondue-Bereich gibt es ein beigelegtes Rezeptheft mit zahlreichen Ideen, die von einfachen Grundlagen bis zu raffinierten Kreationen reichen. Doch auch erfahrene Asia Fondue-Genießer werden hier sicherlich die ein oder andere Inspiration finden. Dieses Fondue-Set vereint Funktionalität, Design und Benutzerfreundlichkeit in einem ansprechenden Gesamtpaket. Die Möglichkeit, Fondue und Grillfunktion separat zu nutzen, die abnehmbare Grillplatte und das durchdachte Zubehör, machen dieses Gerät zu einem Highlight für gesellige Abende. Die umfangreichen Rezeptideen im beiliegenden Heft bieten nicht nur Inspiration für Anfänger, sondern auch für erfahrene Fondue-Liebhaber. Die hochwertige Verarbeitung und das moderne Design runden das Gesamtbild ab und machen das Unold Asia Fondue zu einer klaren Empfehlung für alle, die kulinarische Abenteuer in geselliger Runde schätzen. Bei Amazon erreicht das Unold Asia Fondue eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 240 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 98 Euro. Platz Nummer 2 verdient sich der Foodparty Hotpot und Tischgrill. Der Foodparty Hotpot beeindruckt sofort mit seinen Abmessungen von 50 cm Tiefe, 47 cm Breite und 18 cm Höhe. Dieses großzügige Platzangebot ermöglicht nicht nur einen komfortablen Gebrauch, sondern auch genügend Raum für kreative Kochexperimente. Der Hotpot selbst bietet ein beachtliches Fassungsvermögen von 2,5 Litern Flüssigkeit, während die Grillfläche großzügige 9 cm Breite bietet. Im Vergleich zu anderen Marken hebt sich dieses Gerät ab, indem es eine breitere Fläche für das Grillen bietet und so die Zubereitung von Speisen für 2 bis 8 Personen ermöglicht. Ein beeindruckendes Merkmal dieses Hotpots ist die separate Leistungsregelung für den Hotpot und den Grill. Diese Flexibilität eröffnet eine breite Palette von Kochmöglichkeiten, von einem traditionellen chinesischen Hotpot über französisches Schokoladen- oder Käse-Fondue bis hin zu einem rauchfreien koreanischen Barbecue. Diese individuelle Steuerung gibt dir die volle Kontrolle über deine kulinarischen Abenteuer. Die Antriebskraft hinter diesem elektrischen Hotpot und Tischgrill ist beeindruckend. Satte 2200 Watt. Diese Leistungsstärke ermöglicht eine schnelle und stabile Aufheizung. Der Topf erhitzt sich rasant und kocht deine Speisen im Handumdrehen. Egal ob du eine Vielzahl von Zutaten garst oder einfach nur schnell eine Mahlzeit zubereiten möchtest, dieser Hotpot mit Grillfunktion bringt die nötige Power mit. Die Oberfläche des Foodparty-Hotpots ist mit sicheren Antihaftmaterialien beschichtet. Dieser Aspekt erleichtert nicht nur das Kochen, sondern auch die Reinigung danach. PFOA- und BPA-frei zu sein, stellt sicher, dass du deine Mahlzeiten ohne Bedenken zubereiten kannst. Diese Antihaftbeschichtung trägt zur Langlebigkeit des Geräts bei und garantiert, dass die Freude am Kochen nicht durch mühevolles Reinigen getrübt wird. Genieße die Kunst des gemeinsamen Schlemmens, ohne dich um hartnäckige Rückstände sorgen zu müssen. Ein herausragendes Highlight dieses Hotpots ist die doppelseitige Bauweise. Diese erlaubt es dir, gleichzeitig zwei verschiedene Brühen zu kochen. Gerade für Familien und Freunde, die unterschiedliche Vorlieben für die Basis der Hotpot-Suppe haben, sei es scharf oder mild, ist diese Trennwand die perfekte Lösung. Es verspricht ein unvergessliches gastronomisches Abenteuer, in dem es die Möglichkeit bietet, individuelle Geschmackserlebnisse zu kreieren und dabei alle Vorlieben zu berücksichtigen. Die Vielseitigkeit dieses Hotpots erstreckt sich über verschiedene kulinarische Horizonte. Von der Zubereitung von traditionellen asiatischen Hotpots bis hin zu europäischen Fondue-Varianten und rauchfreiem Grillen, dieses Gerät ist der perfekte Begleiter für kreative Köche und experimentierfreudige Genießer. Die separate Leistungsregelung erweitert die Bandbreite der Anwendungsmöglichkeiten, sodass du dich in der kulinarischen Welt frei bewegen und verschiedene Techniken kombinieren kannst. Die Bedienung dieses Hotpots gestaltet sich angenehm einfach. Mit den separaten Leistungsregelungen für Hotpot und Grill sowie der Antihaftoberfläche, die das Kochen und Reinigen erleichtert, wird die Zubereitung deiner Lieblingsspeisen zum Vergnügen. Die doppelseitige Funktionalität ermöglicht es, mehrere Gerichte gleichzeitig zuzubereiten, was besonders praktisch ist, wenn du eine größere Gruppe bewirten möchtest. Bezüglich der Sicherheit wurde beim Foodparty-Hotpot nicht gespart. Die Antihaftbeschichtung, die PFOA- und BPA-frei ist, gewährleistet, dass keine schädlichen Chemikalien in deine Mahlzeiten gelangen. Die robuste Bauweise und die hochwertige Verarbeitung des Materials tragen dazu bei, dass das Gerät stabil und sicher in der Anwendung ist. Die Griffe sind hitzebeständig, was eine einfache Handhabung ermöglicht, ohne sich Sorgen um Verbrennungen machen zu müssen. Die Reinigung dieses Hotpots gestaltet sich erfreulich unkompliziert, dank der Antihaftbeschichtung auf der Oberfläche. Die Trennwand- und Grillfläche lassen sich leicht entnehmen und separat reinigen. Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest, was die Pflege des Geräts zusätzlich erleichtert. So bleibt nicht nur die Freude am Kochen erhalten, sondern auch der Aufwand danach minimiert. Insgesamt beeindruckt der Foodparty-Hotpot und Tischgrill durch sein durchdachtes Design, seine Leistungsstärke und seine Vielseitigkeit. Die doppelseitige Funktionalität, gepaart mit der individuellen Leistungsregelung, ermöglicht es, kreative kulinarische Kreationen zu erschaffen. Die Sicherheitsmerkmale und die einfache Reinigung machen dieses Gerät nicht nur effizient, sondern auch benutzerfreundlich. Wenn du nach einem All-in-One-Gerät suchst, das Platz für gesellige Kocherlebnisse bietet, ist der Foodparty-Hotpot definitiv einen Blick wert. Bei Amazon erreicht der Foodparty-Hotpot und Tischgrill eine Kundenzufriedenheit von 4,4 von 5 möglichen Sternen bei bereits über 2.700 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 140 Euro. Den ersten Platz in unserer Liste der 5 besten Hotpots erreicht der Tom Young Hotpot. Beginnen wir mit einem Blick auf das äußere Erscheinungsbild des Tom Young Hotpots. Mit Abmessungen von 43 cm Tiefe, 43 cm Breite und 11,5 cm Höhe präsentiert sich der Grill in kompaktem und durchdachtem Design. Diese Maße machen ihn sowohl für Singles als auch für kleine Gruppen von 2 bis 6 Personen geeignet. Die kompakte Größe wird durch eine abnehmbare Grillpfanne ergänzt, die sich mühelos reinigen lässt, sei es von Hand oder auch im Geschirrspüler. Ein praktisches Feature, das von deutschen Ingenieuren entwickelt wurde. Nun werfen wir einen Blick unter die Haube des Tom Young Hotpots. Mit beeindruckenden 1.800 Watt Leistung sorgt er für eine schnelle Aufheizzeit und konstante Temperaturen. Die schweizerische Antihaftbeschichtung der Grillauflage ermöglicht ein kontinuierliches Grillen und Kochen, während die abnehmbare Grillpfanne durch ihre durchdachte Technologie eine effiziente Zubereitung gewährleistet. Der Tom Young Hotpot hat seine Wurzeln in Korea, genauer gesagt im Korean Grill, der für gesundes Essen ohne Zugabe von Fett steht. Doch dieser Grill verwöhnt nicht nur mit dem Korean Barbecue, sondern bietet auch die Möglichkeit, asiatisches Fondue zu erleben. Durch die kuppelförmige Oberfläche fließt der Bratensaft direkt in die Suppe, transportiert Röstaromen und fettlösliche Vitamine, was zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis führt. Hier verschmelzen gesunde Zubereitungsmethoden wie Shabu-Shabu, Hotpot und Barbecue zu einer harmonischen Einheit. Der Tom Young Lifestyle Grill ermöglicht eine simultane Zubereitung von gegrilltem und gekochtem Essen. Der Bratensaft, der von der Grillfläche in die Suppe tropft, transportiert nicht nur wertvolle fettlösliche Vitamine, sondern auch die herrlichen Röstaromen, die die Suppe zu einer geschmackvollen Vitaminbombe machen. Der Tom Young öffnet aber nicht nur die Tür zu herzhaften Mahlzeiten, sondern auch zu einem Dessert Deluxe. Für diejenigen, die auf eine bewusste Ernährung achten, bietet der Grill die Möglichkeit, gegrillte Früchte in flüssige Schokolade zu tauchen, eine süße Versuchung mit einem Hauch von Luxus. Fassen wir die Vorteile noch einmal kurz zusammen. Der Bratensaft fließt direkt in die Suppe und verleiht ihr einen vollmundigen Geschmack sowie zusätzliche Vitamine. Die Zubereitung von Grillgut erfolgt in wenigen Sekunden ohne zusätzliches Fett, wodurch Fisch, Fleisch und Gemüse knusprig und aromatisch werden. Die Suppe gart schonend bei 95 Grad Celsius, wodurch Vitamine und Nährstoffe erhalten bleiben. Shabu Shabu, Hot Pot und Barbecue werden in einem Gerät vereint, was nicht nur für Vielseitigkeit, sondern auch für gesunde Zubereitungsmethoden steht. Ein weiterer Pluspunkt des Tom Young ist die durchdachte Technologie hinter seinem Aufbau. Die schweizerische Antihaftbeschichtung der Grillauflage ermöglicht nicht nur ein kontinuierliches Grillen und Kochen, sondern erleichtert auch die Reinigung erheblich. Die abnehmbare Grillpfanne kann spielend leicht von Hand oder sogar in der Spülmaschine gesäubert werden. So bleibt der Grill immer hygienisch sauber und einsatzbereit für das nächste kulinarische Abenteuer. Nachdem wir nun die verschiedenen Aspekte des Tom Young Thai Hot Pots erkundet haben, können wir mit Sicherheit sagen, dass dieser Grill nicht nur eine Bereicherung für jede Küche ist, sondern auch ein Tor zu neuen kulinarischen Horizonten öffnet. Die Kombination aus gesunder Zubereitung, durchdachter Technologie und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten macht den Tom Young zu einem Must-Have für alle, die die Freuden der asiatischen Küche zu Hause erleben möchten. Insgesamt präsentiert sich der Tom Young Thai Hot Pot als ein hochwertiges, durchdachtes Produkt, das nicht nur durch sein exklusives Design, sondern auch durch seine Funktionalität überzeugt. Der elektrische Tischgrill bietet nicht nur ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis, sondern auch eine bequeme und gesunde Zubereitung von Mahlzeiten. Bei Amazon erreicht der Tom Young Thai Hot Pot eine Kundenzufriedenheit von 4,6 von 5 möglichen Sternen bei derzeit knapp 1.400 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 127 Euro und damit 15% unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 149 Euro. Das war's mit unserem heutigen Video über die 5 besten Hot Pots. Noch einmal zur Erinnerung. Du findest alle Links zum Kaufen oder aber um dich weiter über die vorgestellten Hot Pots zu informieren, in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass der richtige Hot Pot für dich dabei war. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zu einem der vorgestellten Hot Pots haben, schreibe es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.